Moin Leute, da hätt ich mich mit... Warte mal, ich mach mal hier... Mach mal hier einen auf den hier... So, was hat der... Was hat der krasse Ex-Rocker, Ex-Nazi, Ex... Keine Ahnung was... Morgen erzählt der euer Ex-Bundeskanzler... Dritten Teil, Einstieg Rocker-Milieu... Es geht um die Red Devils... Wir wollen einen Support-Motorrad-Club gründen... Für die Hells Angels, beziehungsweise den Hells Angels unterstellt... Also, Red Devils... Die Red Devils gibt es schon sehr lange... Und ich glaube nicht, dass er die Red Devils gegründet hat... Weil die sind älter... Ich glaube, was er meint ist... Er wollte einen Red Devils-Charter gründen... Ja... Es war bekanntermaßen Red Devils... Der größte... Supporter-Club... Von Rot-Weiß, ja... Er ist heute aktiv... Ja... Uns wurde viel versprochen... Diese Serie, die ich jetzt erzähle... Da sind schon Dinge in der Multikriminell-Serie parallel passiert... Naja, ich muss das ja immer so ein bisschen erzählen... Dass man der Sache auch folgen kann... Aber ganz viele Dinge sind so ein bisschen... Vermischt... Um das zu verstehen, was in Rostock los war... Und wie wir dann da reingepasst haben... Muss ich einen kleinen Rückblick machen... Also... Den Präsidenten haben sie auch getauscht... Der Präsident war bei dem Gremium Prospect Chapter... Ist dann Vizepräsident geworden... Und... Bei den Hells Angels, wo sie Prospect waren... Ist ein anderer Präsident rangekommen... Das war aus meiner Sicht auch ein sinnvoller Wechsel... Der Vizepräsident wurde dann auch schnell verhaftet... Das hatte ich mal kurz in der Multikriminell-Serie erzählt... Die hatten auch mehrere Bordellwohnungen... Und die waren Partner... Die hatten die zusammen... In einer der Bordellwohnungen war ein Freier drin... Und hatte eine der Prostituierten heimlich abgefilmt... Das hat die Frau mitbekommen... Hat den Ali angerufen... Wie er damals genannt wurde... Der ist dann hingefahren... Hat den dann zusammengemöbelt... Handy weggenommen... Hat dem eine Strafe aufgerufen... Dass er mehrere tausend Euro an die Frau zahlen sollte... Natürlich sollte bei der Frau dann nachher 200-300 Euro ankommen... Wenn überhaupt... Und die anderen 9.700 Euro sollten dann in seine Tasche gehen... Also Gewalt, Erpressung, das volle Programm... Das ist so aus krimineller Sicht... Ist das dann immer so, dass sie meinen, sie sind da am Recht... Es ist natürlich nicht zulässig, eine Frau... Eine Prostituierte abzufilmen... Da kann man nachfragen... Da muss man dafür bezahlen... Und einige wollen das einfach nicht... Auch die haben ein Recht... Ein Persönlichkeitsrecht an ihrem eigenen Bild... Ein Recht an ihrem eigenen Bild... Aber aus der Perspektive... Immer wieder, was ich erkläre... Aus krimineller Sicht ist es dann so... Du hast das gemacht, dann darf ich das auch machen... Und dann Strafe aufrufen und so weiter... Und selber das Gesetz in die Hand zu nehmen... Das ist bei einigen so tief verankert... Dass sie das wirklich glauben... Dass es auch Rechthens ist... Dass man gar nicht Unrecht damit tut... Wenn die dann auch vor Gericht sind... Genauso wie ich damals dann auch... Dass man dann sagt... Ich weiß gar nicht, wo ihr Problem ist... Der hätte Scheiße gebaut... Dann muss der ja bestraft werden... Also wirklich diese Haltung ist bei sehr, sehr vielen... In Fleisch und Blut übergegangen... Der wurde dann auch verhaftet... Der war... Der war auch ganz nett... Wurde dann verhaftet, wurde verurteilt... Und ich glaube... In Erinnerung zu haben... Und das muss ich ja immer sagen... Bei den Interners... Bei den Hells Angels... Da war ich nicht dabei... Und da weiß ich auch nichts drüber... Deswegen möchte ich da auch nicht spekulieren... Aber bei ihm war das der Fall... Bei ihm ist so viel rausgekommen... Ich glaube es war so... Dass er die Frauen erstens höher abkassiert hat... Als er mit seinem Partner besprochen hatte... Das waren Clubbrüder... Vorher bei Gremium... Jetzt bei der Hells Angels... Dass er eine höhere Miete... Einkassiert hat... Und die nicht weitergegeben hat... Dass er so Geschäfte dran vorbeigemacht hat... Ja... Aber... Da haben sich auch schon... Keine Ahnung... Äh... Wegen... Wegen solchen Sachen... Wegen... Wegen Tagesmiete von gewissen Damen... Äh... Jetzt ist das alles... Also kann alles so gewesen sein... Das sind... Äh... Geschichten... Die hat man so auch schon mal gehört... So... Was... Diese Tagesmiete... Betrügen... Dies, das angeht... Das ist jetzt... Das ist jetzt alles... Nichts... Nichts Neues... So... Die Geschichte könnte genauso auch in einer anderen Stadt passiert sein... Dem was er gesagt hat... Was er nach außen gelebt hat... Was er Geld... Schulden... Und... Und so weiter gemacht hat... Und dann wenn man auf einmal weg ist... Dann sitzen ja Leute zusammen... Und sammeln über unterschiedliche Themen... Und so weiter... Und da sind dann Dinge rausgekommen... Und... Es ist sehr unüblich... Dass jemand der... Im Club ist... Und dann verhaftet wird... Und dann während der Haftzeit aus dem Club geschmissen wird... Ist sehr unüblich... Das wurde mir mal damit erklärt... Und das haben wir nachher auch adaptiert... Ähm... Wenn natürlich jemand im Haft ist... Dann ist es schon schwierig genug... Seine Lebenswelt ist zusammengebrochen... Er hat Sorgen von... Wie geht's... Familie... Wann ist Freiheit... Äh... Wie viel... Wie viel Knast kriege ich... Ähm... Was bricht draußen alles zusammen... Und dann kriegt man noch die Nachricht... Ja... Pass auf... Wir haben rausbekommen... Dass du uns beschissen hast... Dass du nicht gerade warst... Wie man das so schön sagt... Und schmeißen den dann noch raus... Das kriegt die Polizei ja auch oft mit... Die Überwachungsbehörden... Und... Ähm... Wenn der dann informiert wird... Dann haben sie Angst... Dass der im Gefängnis umkippt... Und vielleicht zu einer Art Kronzeuge wird... Oder dann Aussagen macht... Und sich an den Brüdern rächen will... Dann ist ihm sowieso alles egal... Oder... Und dann geht die Polizei... Und wendet sich ein... Ja... Wir haben gehört... Sie wurden ja rausgeschmissen... Da gibt es ja... Auch sehr unterschiedliche Dinge... Wie man den Club verlassen kann... Also... Dass man in einem Left gegangen wird... Also Left... Äh... Nicht wie links... Sondern Left wie... Ich habe was verlassen... Ja... Ähm... I have left the building... Ich habe das Gebäude verlassen... Ähm... Was dann... Ähm... Für viele zutrifft... Aber dann gibt es natürlich auch noch den... Ähm... Ähm... Das heißt... Äh... Jemand der im Bad Standing... Ähm... Aus dem Club entlassen wird... Der gilt sozusagen als vogelfrei... Man darf sich auch nicht mit dem treffen... Der darf sich nicht mehr rechtfertigen... Er kann dazu keine treffen... Man darf sich nicht mit dem privat treffen... Also... Es gibt dann sowieso keine Privatperson... Was weiß ich... Philipp... Und einmal die Club-Person Philipp... Man ist immer Club... Egal ob man die Kutte anhat... Nicht... Ob das Sonntagnachend um 16 Uhr beim Kaffee ist... Oder... Ähm... Bei Kokain... Freitagnachmittag... Das ist völlig egal... Hat er auch bis hierhin... Äh... Alles richtig gesagt... Äh... Weiß nicht... Kann ich bis jetzt... Gibt... Gibt bis jetzt da nichts großartig zu kritisieren... Das Einzige was ich anders sehe ist... Äh... Es kommt gar nicht so selten vor... Dass... Äh... Äh... Leute aus dem... Aus dem Club gehen... Oder den Club verlassen... Beziehungsweise aus dem Club rausgeschmissen werden... Ähm... Ähm... Wenn die dann in den Knast kommen... Das liegt aber oft daran... Dass... Wenn die Personen in den Knast kommen... Die halt auch ganz gerne... Äh... Dann anfangen zu singen... Ne... Das kommt halt echt oft vor... Und... Äh... Passiert das dann halt auch... Dass die aus dem... Aus dem Club rausgeschmissen werden... Und im Bad Standing hat man dann so gut wie keine Chance mehr rauszukommen... Ähm... Äh... Ja... Wurde... Wird in einigen Ländern wohl härter durchgezogen... Wie in Deutschland... Ich weiß nicht wie viele Leute ich kenne... In der Laufbahn die ein Bad Standing hatten... Und danach trotzdem in der gleichen Stadt abgehangen haben... Und dort und... Nie was passiert ist... Hat glaube ich so ein bisschen seine Wucht verloren... Aber das ist nur mein kleines Urteil von außen... Auf jeden Fall hier haben sie es durchgezogen... Kommt immer drauf an... Also... Bad Standing... Ist halt immer so eine Sache... Ähm... Das Problem... Die Problematik ist einfach... Wenn Bad Standing zu leichtfertig ausgesprochen wird... Ne... Ähm... Es gibt halt... Da muss man halt auch klassifizieren... Also... Nicht jedes Bad Standing ist... Ist irgendwie gleichgewichtet, ne... Es gibt halt ein Bad Standing... Da geht es nur darum zu sagen... Alter... Wir scheißen auf den, ne... So... Und... Dann gibt es halt so eine... So ein Bad Standing... Äh... Wo halt wirklich... Was krasses auch vorgefallen ist... Und... Äh... Dementsprechend wird dann auch umgegangen mit der Person, ne... Also... Bad Standing... Wenn du rausgeschmissen wirst... Weil du irgendwie... Keine Ahnung... Äh... Äh... Ja... Ich sag mal... Nicht sowas krasses gemacht hast, ne... Dann kannst du auch rausfliegen mit einem Bad Standing... Weil dich dann auch keiner mehr im Umfeld haben will... Äh... Du kannst aber auch irgendwie... Keine Ahnung... Äh... Richtig krass Leute in Bau gebracht haben oder so... Äh... Dann... Dann ist dein Bad Standing halt nochmal was anderes, ne... Also... Da muss man ein bisschen unterscheiden... Und... Ähm... Trotz aller... Äh... Trotz aller Gefahren ist da wohl zu viel rausgekommen... Dass sie ihn dann auch aus dem Club entsorgt haben... Ähm... Das heißt so eine Art... Sie hatten ein Gebäude, wo unten ein Italiener drin ist... Zucki oder so hieß der... Hätte ich nichts von gegessen... Äh... Nicht mal eine 5-Minuten-Terrine... Hätte ich sehen müssen, dass er sie aufreißt... Und ich hätte das Datum sehen müssen... Was es ist... Ein... Eine aus meiner Sicht unterirdischer Laden... Da war auch mehrmals das Gesundheitsamt und so weiter... Die haben das irgendwie intern abgefeiert... Zumindest weil es um die Ecke war... Da drüber waren dann drei, vier... Ähm... 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 Auch immer... Immer Audienz gehalten hat... Auch wir waren ein paar Mal da... Ich war mit Mike da... Wir waren dann immer sehr freundschaftlich... Aber... Das hatte sehr schnell seinen Ruf... Dass diese Garage sowas ist wie... Äh... 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 Ja... Also da wird wirklich Audienz gehalten... Ja da so ein Schreibtisch drin... Dahinter stand auch so ein Tresor... So ein Ledersessel... So... Ja... Und dann ist man da reingekommen... Und hat man gesabbelt... Ähm... 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 Ist mein erstes Erlebnis... Wie wir da mal reingekommen sind... Sondern da hatten wir mal... Da hatten wir noch mit dem Ali Streit... Der dann rausgeschmissen worden ist... Und äh... Der hatte... Der hatte... Wir sind irgendwie aneinander... Aneinander geraten... Ganz... Ganz früh in dieser... In dieser Gründungsphase... Darf man nicht vergessen... Wir waren ja trotzdem... Wir waren ja trotzdem noch eine Gang... Und wir waren bereit... Hart durchzuziehen... Und nur weil wir da jetzt mitmachen... Haben wir uns nicht behandeln lassen... Wie die letzten Penner oder so... Ja... Also das ist jetzt... Das ist jetzt... Wo er... Wo er Red Devil war... Ja... Nicht... Nicht Schwarze Schar... Hab ich das richtig verstanden? Und äh... Irgendwann wurde das dann mal gesagt... Dann hat er... Hat er auf dem Parkplatz... Da hatten wir uns mit den Autos getroffen... Hat er irgendwann mal zu mir gesagt... So... Wenn ich äh... Wenn ich weiter so einen Ton gegenüber ihm habe... Dann wird er mir halt befehlen... Irgendwann mal sein Auto zu putzen... Oder so... Und dann habe ich mit dementsprechenden Worten geantwortet... Und äh... Symboliken, die man so mit den Händen machen kann... Ja... Und äh... Das war dann da kurz vor der Eskalation... Und er... Er hatte das dann klubintern gemeldet... Das war auch mein... Bevor wir überhaupt in dem Club drin waren... Ist das schon passiert... Also bevor wir den gegründet haben... Und dann hieß es ja... Komm mal vorbei... Dann bin ich zu dieser Garage auch gefahren... Und wurde ich da reingebeten... Und... Okay... Dieser Ali ist jetzt was... Auch... Ein Red Devil Typ... Oder ist der jetzt von den Hells Angels? Das habe ich jetzt noch nicht... Noch nicht so ganz gecheckt hier... Und äh... Innen drin... Und dann hieß es ja... Du bleib mal draußen... Und drin wurde mir dann gesagt... So... Ja... Der übertreibt immer so was Dummes... Was der gesagt hat... Und ich sag so... Ja... Was soll die Scheiße... Und äh... Und dann nach so... Nach zehn Minuten hat er gesagt... Ja... Ich hab sowieso nicht gerade... Und es ist egal... Ja... Scheiß drauf... Dann wurde er da reingeholt... Dann haben wir uns so die Hand gegeben... Ja... Und alles cool... Alles gut... Und er dann auch so... Ja... Fühlte er sich natürlich... Als wenn es geregelt worden ist... Weil alle... Diese Garage... Er hatte den Ruf so... Wer da reingekommen ist... Und reingegangen ist... Der ist immer mit weniger Geld rausgegangen... Es gab damals ein großes Hobby von denen... Äh... Ich sag... Was heißt Hobby... Ein Geschäftszweig... Den die aufgemacht haben... Das war Strafen aufrufen... Für jeden Scheiß wurden Strafen aufgerufen... Ja... Äh... Du hast... Du hast mal über den und den was gesagt... Das hab ich gehört... 500 Euro Strafe... Dann ist das geregelt... Da 1000 Euro Strafe... Für jeden Mist... Das werden einige hier kennen... Das werden in vielen Städten so gewesen sein... Die, die das kennen... Leute... Schreibt das hier gerne mal rein... Bei... Mit Hashtag kenn ich... Und... Wofür so überall... Alles Strafen aufgerufen worden sind... Alles... Also ja... Sowas kennt man auch... Mit Strafen aufrufen... Aber... Äh... Keine Ahnung... Das ist dann... Ja... Sowas wird entweder mit Ohrfeigen geregelt... Oder mit einer... Oder mit aufgerufenen Strafen... Ne... Aber so... Strafen aufrufen... Für jeden Mist... Ja... Das zeigt halt eigentlich... Schon was... Was für eine Lachnummer... Der... Der Präsi... Oder der Sargent da ist... Ne... Weil... Ganz ehrlich... Äh... Wenn jemand Scheiße baut... Dann... Äh... Knallst du dem im Meeting eine... Und dann ist gut so... Das hinterlässt auch meiner Meinung nach... Mehr Eindruck... Als wenn der da jetzt... 2-300 Euro zahlen muss... Ne... Keine Ahnung... Also... Weiß ich nicht... Es war... War sehr zusammengewürfelt... Auch sehr unterschiedliche Personen... Natürlich in dem Club... Von dem... Von dem... Ähm... Trinkenden Schläger... Der so gar nicht an den Mega-Geschäften interessiert war... Sich so durchgehangelt hat... Mit kleinen Betrügereien... Von dem der... Mehrere Immobilien haben wollte... Von dem der... Ganz groß geplant hat und nicht... Da fällt mir... Da fällt mir... Da fällt mir die Dokumentation bei Satudara ein... Bei Satudara baut ja auch einer Mist... Da... Wurde... Da dachte man... Der hat mit einem Reporter geredet oder so... Dann hat er ja aufs Maul gekriegt... Und man hat dem die Kutte weggenommen... Ne... Das ist jetzt natürlich eine krasse Sache... Die der Typ da bei Satudara gemacht haben sollte... Kam ja hinterher heraus... Dass er es nicht gemacht hat... Aber so... Das ist zum Beispiel auch eine übliche Strafe... Äh... Jemanden die Kutte wegnehmen... Also nicht direkt komplett weg... Sondern... Keine Ahnung... Äh... Dass der mal runtergepatcht wird... Ne... Dass er mal sechs Monate wieder als Prospect läuft... Oder dass er drei Monate mal gar keine Kutte trägt... Oder so... Ne... Also das sind so... Übliche Strafen... Eigentlich mache ich das jetzt hier nur... Um mir einen Rücken zu holen... Aber ich will wirklich den ganz großen Wurf machen... Richtig viel Geld verdienen... Dann von hin wie Stör... Der wollte auch Geld verdienen... Aber... Da meine ich... Das war immer... Das war immer sekundär... Sondern ihm ging es wirklich um Macht und Anerkennung... Die ganze Stadt sollte am besten... Vor ihm zittern... Und alle sollten Angst haben... Und er wollte deutschlandweit berühmt werden... Das war glaube ich... Viel mehr seine Triebfeder als das ganz große Geld... Wenn es natürlich Geld gibt nebenbei... Umso besser... Toll... Und... Also wirklich ein sehr zusammengewürfelter Haufen... Und auch... Von mir außen... Von mir nach außen... Nicht unbedingt als Freunde erkennbar... Aber so sind die Strukturen mit denen wir... Und dafür sollen wir dann Support machen... Und von außen wirkte das dann schon so sehr zusammengewürfelt... Nach... Okay... Dafür sollen die Support machen... Das heißt... Das waren Hells Angels... Wovon er gerade redet... Weil die... Die sollten ja die Red Devils machen... Und das sind ja die Supporter von denen... Also... Wenn er... Wenn er es hier richtig... Wenn er da nicht was durcheinander wirft... Dann... Klingt das so... Außen sehr sehr freundlich... Dann waren noch welche aus Schwerin dabei... Die wo ich gesagt habe... Wow... Okay... Naja... Kommen wir noch zu so ein bisschen... Die noch eine Rolle gespielt haben... Kommen wir noch ein bisschen zu... Ich will die einzelnen Personen gar nicht dabei nennen... Falls da hier... Irgendwelche Bedenken sind... Und so weiter... Aber... Ähm... Um ein paar... Ein paar Sachen... Die passiert sind... Werde ich versuchen... So gut wie drum herum zu reden... Dass die Einzelnen sich nicht... Zu doll auf den Schlips getreten fühlen... Wir hatten... Wir hatten unser zweites Treffen... Ich hatte von meinen Eltern... Das Geld für eine Harley bekommen... Und das recht unkompliziert bekommen... Mein Vater hatte mit mir dann... Einen Kreditvertrag gemacht... Mit einer monatlichen Zahlung... Wie ich das zurückzuzahlen habe... Das war meine größte Sorge... Wo mal meine Mama im Krankenhaus war... Gott sei Dank... Hat da bei mir auch eine Veränderung... In der Wahrnehmung... Und mit dem Verhalten meiner Eltern... Und besonders gegenüber meiner Mutter... Auch stattgefunden... Also Leute... Denkt dran... Blut ist dicker als Wasser... Und... Zeit ist endlich... Auf jeden Fall... Ist so... Da sagt er... Da sagt er nichts Falsches... Es sollte auf jeden Fall... Dann nochmal ein... Es wurde ein nächstes Treffen anberaumt... Mit den Leuten... Nicht alle... Die sich vorher in dem Jugendheim getroffen haben... Nicht alle von denen waren nachher dabei... Bei dem zweiten Treppen... Drei, vier haben gesagt... Ist nichts für mich... Die wollten eher beim Fußball bleiben... Und hatten sich... Hatten sich das mehr so als Streetgang vorgestellt... Die dann auch schon wussten... So neben Motorrad fahren... Muss ich auch Motorrad fahren... Wenn es draußen regnet... Und diesig ist... Und unter 20 Grad ist... Habe ich so keinen Bock drauf... Da waren einige ganz ehrlich... Und haben das von Anfang an dann abgelehnt... Und dann gab es ein zweites... Finde ich korrekt... Dass da Leute so ehrlich sind... Weil die meisten... Sind es halt irgendwie nicht... Oder belügen sich auch selber... Von wegen... Ja, man wird das schon irgendwie hinkriegen... Und so weiter... Zweites Treffen... Bei dem zweiten Treffen... Ähm... Waren nur noch... Zwei... Zwei... Drei Vertreter da... Der Sergeant... Der... Äh... Stör... Aus Rostock... Ähm... Hatte sich das... Ähm... Als zuständiger Sergeant... Und Sergeant ist zuständig... Für die Disziplin... Und die Bewaffnung im Club... Bewaffnung finde ich immer... Ein bisschen blöd gesagt... Bewaffnen tun sich die meisten... Von ganz alleine... Ähm... Ja... Wenn Streitigkeiten sind... Wie die behoben werden sollen... Und äh... Ist schon eine sehr wichtige Position... Und der hatte sich dann auch gesagt... Er kümmert sich um uns... Und würde... Ähm... Das sozusagen unter seiner Federführung... Laufen lassen... Gab es dieses Treffen... Und dann waren wir dann noch irgendwie... 14, 15 Leute... Also ein bisschen ausgesiebt... Und dann saßen wir so in der Runde... Ich war wieder mit Thoman... Dem Tätowierer... Mein Tätowierer Christian unterwegs... Und ähm... Den Richi... Und dann saßen wir so alle... Wie... So Tische zusammengeschoben... Wieder in irgend so einem Jugendclub... Wo wir dann waren... Und da hat sich jeder vorgestellt... Was er so macht... Ja... Also... Einer hat dann gesagt... Ich bin bei der Bundeswehr... Und äh... Geh nebenbei zum Fußball... Ja... Also... Das heißt... Ich boxe mich da... Ähm... Dann haben wir uns vorgestellt... Wo dann alle auch gesagt haben... Ja... Krass... Unser Name eilte uns schon voraus... Das hat uns auch gut geholfen... Hm... Das heißt... Jeder hat sich vorgestellt... Und da... Da habe ich das erste Mal so gemerkt... Und da habe ich dann... Äh... Mit... Zwei... Drei von denen wirklich gut... Gut mich verstanden... Und da war mir klar... Okay... Wenn die dabei sind... Das ist schon irgendwie cool... Da waren wirklich auch ein paar... Kräftige Jungs dabei... Ja... Türstehermilieu... Auch... Aus der Fitnessszene... Ein bisschen Kampfsport... Also wirklich... Querbeet... Und auch... Einige... Wo ich sage... Okay... Da funktioniert das auch vom Kopf her... Und ähm... Haben da... Sage ich aus heutiger Sicht... Auch einen ganz... Netten Nachmittag verbracht... Und waren uns einig... Okay... Wir ziehen das zusammen durch... Da waren auch vier, fünf dabei... Wo ich gesagt habe... Okay... Wie hast du dich hier verirrt... Wen kennst du... Wen hast du bezahlt... Dass du hier mit dabei sitzen darfst... Aber da wusste ich schon immer... Wie Klupscht funktioniert... Ähm... Das siebt sich auch... Relativ schnell aus... Ja... Ähm... Da fallen einige dann auch... Immer durchs Raster... Und äh... Die Hoffnung hatte ich da... Natürlich auch... Ganz kurz eine eigene Sache... Wenn ihr uns unterstützen möchtet... Mein Buch ist draußen... Hass macht Gewalt... Spiele... Bestseller... Ah... Boah... Werbung in den Videos... Mittendrin ist immer so... Weiß ich nicht... Ein bisschen äh... So... Da sind wir wieder... Der sehr lange eine Rolle spielen sollte... In meinem Leben noch... Und... Ähm... Wir hatten dann unseren Red Devils... Äh... Präsi... Der auch Präsi machen sollte... Auch da hatten wir uns schon drüber unterhalten... Ja... Wenn die Kunden dann kommen... Und so weiter... Und wir melden das deutschlandweit an... Das organisiert aber alles der Stör... Und... Äh... Wer dann so... Wer dann so Präsi macht... Und Vizepräsident... Und Sekretärie... Und... Roadcaptain... Das wurde schon alles so ein bisschen... Grob verteilt... Alles fiel immer so hinter den Kulissen... Das mich dann Stör bei Seite genommen hat... Und dann gesagt hat... Ja... Zwei Ämter würde ich euch auch nach Wismar geben... Ich habe so irgendwie dran gedacht... So... Ähm... Dass du Vizepräsi machst... Und... Äh... Irgendjemand von euch dann noch... Äh... Vielleicht Roadcaptain oder so... Ja... Also der... Der für die Ausfahrten zuständig ist... Der vorfährt... Der das organisiert... Dass alles reibungslos... Dass die Leute reibungslos am Ziel ankommen... Wenn wir Motorräder hätten... Ich meine... Zu dem Zeitpunkt... Wo wir 15 Leute waren... Hatten wir... Äh... Bei der Gründung der Red Devils... Drei... Drei Motorräder... Aus Rostock hatte... Ähm... Einer... Eine... Ja... Das ist immer natürlich... Äh... Super Kacke... Den Posten eines... Also der Posten von einem Roadcaptain ist sehr wichtig... Ne... Ich habe auch ein Video dazu gemacht... Über... Äh... Den Roadcaptain und seine Aufgaben und Funktionen und... Warum das auch so wichtig ist und so... Aber wenn du in dem... In dem... In dem Club beziehungsweise im Charter... Oder Chapter... Keine Leute hast mit Moped, ne... Da ist der... Dann ist der Job des Roadcaptains auch völlig uninteressant... Ich war auf dem Weg... Mir meine... Meine Harley Davidson Fat Bob zu kaufen... Und... Der Christian hatte... Meine Suzuki Intruder übernommen... Nicht die Mega Quote... Wir hatten uns das selber auferlegt... Die Motorräder müssen her... Wenn wir ein Motorrad Club sind... Wollen wir die Motorräder... Alle groß am Palabern... Nach dem Treffen dann... Also wie gesagt... Standen wir noch so auf dem Parkplatz... Alle so ein bisschen ausgetauscht... Was machen wir denn so... Und ja... Ich bin bei der Bundeswehr... Aber ich mache auch ein bisschen hier... Ja... Dann so... Dann wird das so lustig gemacht... So ich mache noch ein bisschen hier... Und... Oder ein bisschen hier... Spritzi... Spritzi in den Arm... Und so weiter... Da... Da... Da kommen alle so schnell ins Palabern... Weil man davon ausgeht... Dass das irgendwie vorsortiert worden ist... Und... Man denkt da gar nicht drüber nach... Das ist so... Viele, die in diese Welt noch nie reingeschnuppert haben... Denken das ist alles super geheim... Super mysteriös... Und so weiter... Ich sage es ja immer wieder... Dass da ganz viele Laberköpfe mit dabei sind... Wozu wir... Oder viele bei uns aus den Reihen auch mit dazugehört haben... Tausend Prozent... Tausend Prozent... Vor allen Dingen... Du merkst das halt... Wenn Leute dann auf einmal viel zu offen... Über ihre... Über ihre... Privaten Nebengeschäfte reden... Dass das dann voll die Holzköpfe sind... Also wirklich... So... Wie er schon sagt... Weil die Leute dann denken... Da wurde dann irgendwie schon ausgesiebt... Oder sonst irgendwie was... Ey... Das kann... Ist so easy... Dass da dann Bulle bei ist... Bei so einer Sache... Das kann so schnell gehen... Gerade bei Neugründungen... Haben wir ja schon erfahren... Ne... Das kennen wir ja schon von unserem Freund... Miami Gianni... Ne... Das... Das Einfachste ist... In den Club reinzukommen... Und in die Strukturen... Bei Chapter Neugründungen... Und... Gerade dann... Wenn sich die Leute alle vorstellen... Und dann mit ihrem... Äh... Vermeintlichen... Äh... Zweiten Geschäftszweig... Da um die Ecke kommen... Und das da groß an die Glocke hängt... Ne... Ist halt mega dumm... Äh... Eine Sache... Die mir... Die ich meinen Lebtag nicht vergessen werde... Ist... Auch wenn sie kein großes... Keine große... Große Sache ist... Ist... Nach diesem zweiten Treffen... Standen wir auf dem Parkplatz... Und... Haben da ein bisschen gelabert... Dann waren... Dann waren... Waren die 81er weg... Und wir standen da... Und hatten uns dann groß vorgenommen... Ja... Wir wollen hier schon... Wir müssen hier Schliff reinbringen... Und wir wollen... Ähm... Das Beste und Härteste... Äh... Charter werden... Was die Red Devils gesehen haben... Ähm... Ähm... Regeln... Und... Beitragen... Und haben wir uns alle... Und dann... Erinnere ich mich noch... Das erste Mal... Den ersten Eindruck... Den ich von... Denen hatte... Die kamen ja viel... Aus der Fitness- und Bodybuilder-Branche... Und so weiter... Und dann... Standen wir... Standen wir... An dem... An dem BMW... Von dem Daniel... Und dann holt er so eine Flasche raus... So eine... So eine Flasche Aminosäure... Die gab es damals noch so... In so... In so... In so... Ein Liter Faschen... Das war so ein... Wenn ich da nur daran denke... Da kriege ich schon Gänsehaut... Das war so mal eine ganz... Zähflüssige... Zähflüssiges... Getränk... Also... Da hat sich natürlich jetzt viel getan... In den letzten 10, 15 Jahren... 1000 Zeck Plus... Ja... Philipp 10... Könnt ihr sparen... Hashtag Werbung... Und... Und dann nimmt er... Dann nimmt er aus diesem Auto raus... Und dann so handwarm... Weiß ich nicht... So 16, 17, 18, 19, 20 Grad... Ist auch scheißegal... Und trinkt so... Diese Aminosäure... Und fragt... Ob irgendjemand anderes... Auch einen Schluck Aminosäure haben will... Ich sage... Ich sage... Ich bin für ein... Für ein Bier... Ein Gin Tonic... Oder für alles bin ich offen... Aber noch nicht... Als... Dass wir jetzt zusammen... Aus einer Flasche... Warme Aminosäure zusammen trinken... Ja... Also die waren voll auf diesem Fitness-Tremmer... Und zwar gleich ausgetauscht... Was sie besorgen könnten... Ja... Wir haben es so... Erstmal das Geschäft... Mit einem warmen Schluck Aminosäure besiegeln... Fortüber Geschäfte unterhalten... Ja... Ich kann hier TICE besorgen... Also Tabletten zum Muskelaufbau... Sehr gefährlich für den Magen... Ähm... Ich kenne mich ja in dieser Branche... Jetzt nicht so gut aus... Sofortüber Testosterone halt... Was kann ich besorgen... Ja... Man steht da wirklich... Und man denkt so... Wow... Wie einfach ist das... Und alle unterhalten sich darüber... Und dann Nummern ausgetauscht... Okay... Lass treffen... Lass uns da vernetzen... Und... Haben dann wirklich dann... Kontakte geknüpft... Äh... Jetzt... Jetzt muss das... Jetzt geht's richtig los... Und... Alter... Leider ist das wirklich so... Leider ist das wirklich so... Mir hat man gesagt... Äh... Reagier mal da drauf... Da labert voll viel Bullshit... Und so... Aber... Äh... Traurigerweise... Muss ich bei diesem Video sagen... Ne... Der... Der labert hier kein Bullshit... Das ist... Also... Bis jetzt hat alles was er gesagt hat... Hand und Fuß... Und ich würde das so unterschreiben... Äh... Ich hatte auch das Gefühl... Da sind ein paar coole Jungs dabei... Auch unser... Äh... Auch unser damaliger Präsident... War... War mir nicht unsympathisch... Aber war jetzt nicht so... Dass ich das Gefühl hatte... Dass der jetzt das große... Große organisatorische... Und rednerische Talent hat... Und vielleicht... Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen... Wer wirklich was auch finanziell auf der Kirsche hatte... Weil es ist eine Belastung... In so einem Club mitzumachen... Das Geld zu verdienen... Und da aktiv dabei zu sein... Das ist Arbeit... Das ist nicht nur... Spaß... Präsi in solchen Clubs ist auch oft derjenige... Der... Äh... Die meiste Kohle hat... Ne... Also der der... Äh... Also gerade so bei Support Clubs... Ne... Der der... Also du wirst... Der Präsi wird niemals einer der Brokesten Member sein... So das ist... Das ist halt so... Das ist halt so... Meistens... Äh... Gehört der Präsi dann immer schon zu den besserverdienenden Leuten... Und hat dementsprechend... Ist der dann auch meistens einer von denen... Die eine Maschine hat... An der Feuertonne stehen... Und über lustige Rocker-Geschichten zu sammeln... Sondern das ist auch wirklich... Ähm... Arbeit besonders untereinander... Wenn man nicht... Wenn nicht alle untereinander befreundet sind... Das sage ich immer wieder... Auch wenn wir da 20 Leute nachher waren... Oder nachher 15 oder sonst was... Diese 15 können unmöglich... Alle miteinander dicke befreundet sein... Das funktioniert einfach nicht... Es ist ein Zusammenschluss... Um gemeinschaftlich Geld zu verdienen... Um Macht zu erhalten... Macht auszubauen und so weiter... Befreundet sind Einzelne untereinander... Und man ist immer paranoid... Man hat immer Angst... Jeder will dem anderen was neiden... Das sind einfach Erfahrungen... Die ich gemacht habe... Okay... Ich habe es gerade noch gesagt... Dass ich ihm... Dass ich ihm da... In vielen Punkten Recht gebe... Ich gebe ihm auch in diesem Punkt Recht... Aber es ist... Er pauschalisiert das hier... Und das ist halt eben nicht so... Ähm... Es ist nicht nur so... Dass es immer ein bunt gemischter Haufen ist... Wenn Leute zusammen einen Chap da aufmachen... Sondern... Äh... Es ist... Oft auch der Fall... Dass ein Kern... Äh... Schon... Äh... Befreundet ist... Ja... Dass 5 oder 10 Leute sich schon kennen... Über Jahre hinweg... Ja... Und... Man nimmt dann eigentlich auch nur Leute auf... Die dann der ein oder andere kennt... Ich muss nicht mit jedem... Aus dem... Aus dem Club... Äh... Oder aus dem Chapter befreundet sein... Von den 15 Mann... Aber irgendeiner... Von meinen Freunden... Ist auf jeden Fall auch mit dem befreundet... Ne... So... Ist das Ganze... Und dann... Äh... Im Idealfall... Wächst das Ganze dann über Jahre dann halt auch zusammen... Ne... Und klar... Wenn du sowas frisch gründest... Ist es was anderes... Als wenn dein Chapter jetzt schon 5 Jahre besteht... Ne... Ne... Und... Ähm... Dann ist der Zusammenhalt auch ein ganz anderer... Auch ganz vielen aus den Clubs... Wie gesagt... Hashtag... Und dann kommentiert... Was ihr da mal so erlebt habt... Ähm... Wir haben uns getrennt... Mike war überhaupt kein... Kein Freund von dieser ganzen Sache... Ähm... Ähm... Mike war natürlich nach wie vor mein Partner... Der hat an diesen Treffen auch nicht teilgenommen... Der kannte auch... Äh... Ansprechpartner... Immer wenn es um kriminelle Dinge ging... Und wir waren zu dem Zeitpunkt auch... Auch sehr sehr gut befreundet... Er selber hat von dieser Motorrad... Äh... Scheiße wie er es genannt hat... Gar nichts gehalten... Auch von den Leuten nicht... Und hat gesagt... Ja... Wieso denken jetzt immer die Leute... Die ziehen sich so ein Ding über... Und dann halten sie sich für sonst wen... Die Einstellung... Äh... Kann man... Kann man verstehen... Wenn man da ein bisschen reingeguckt hat... Für den war das gar nichts... Und er hat da glaube ich... Ein Vorteil drin gesehen... Okay... Wir lernen jetzt hier ein paar neue Leute kennen... Vielleicht können wir da Geld verdienen... Vielleicht rutschen wir da... Irgendwo mit rein... Wo man von profitieren kann... Aber immer wieder mir auch gesagt... Also mach dich da bloß nicht zum Arsch... Wenn wir hier Wismar und die Region... Unter Kontrolle haben wollten... Und dann kannst du nicht für die... Irgendwie am Tresen... Denen Bier aufmachen... Und Diener machen... Weil dann verliert man die Distanz... Das leuchtet mir auch ein... Ja... Dass man das nicht trennen kann... Das ist einmal... Dass wir geschäftlich... Als gleichwertige und harte Partner... In Wismar anerkannt werden wollen... Aber dann... Nachts dann die durch die Gegend fahren... Und so weiter... Und das habe ich Stör auch von Anfang an gesagt... Da habe ich zu ihm gesagt... Ich sagte... Ich mache hier keinen Tresendienst... Ich fahre die Leute... Mich braucht man nicht nachts um vier anrufen... Dass ich irgendjemand durch die Gegend fahre... Nein, darum geht das auch nicht... Ihr seid mehr... Meine Truppe... Ich sage... Ich bin für euch zuständig... Und die Rostocker... Die laufen unter jemand anderes... Und das weißt du... Das würde ich nicht machen... Und da habe ich auch sein Wort bekommen... Und das läuft alles... Und da habe ich gedacht... Okay... Damit kann ich leben... Wir wollen... Wir können gerne irgendwo... Wenn es darum geht... Dass wir als Gruppe irgendwo mit dazukommen... Präsenz zeigen... Und dann mal was machen... Aber jetzt so einzelne Dienste... Dass irgendjemand mir... Mir sagt so... Und stößt mich so an... Und sagt... Hol mir mal ein Getränk... Da bin ich nicht der richtige Typ für... Jemand, der mich auch persönlich kennt... Weiß... Das ist nicht so... Das ist nicht so ganz so... Meins... Meins... Und... Ja... Solche Versprechungen werden auch oft gemacht... Funktioniert auch oft... Bis... Zu dem Zeitpunkt... Wo es dann... Zu größeren... Gemeinschaftlichen Treffen kommt... Ähm... Und... Das ist auch ein... Also... Das ist eigentlich ein Video für sich wert... Ne... Dieses Kernproblem... Ähm... Mit solchen Versprechungen... Weil jeder... Im Club... Soll denselben Weg gehen... Trotzdem werden immer wieder... Um gewisse Leute... In den Club zu bringen... Solche Versprechen gemacht... Ähm... Wie hier... Alter... Ne... Du brauchst keinen Thekendienst machen... Du brauchst dies nicht machen... Du brauchst jenes nicht machen... Und das ist dann auch so... Dass gewisse Personen dann... Äh... Außen vorgelassen werden... Das bringt aber Konflikte in den Club... Weil dann am Ende nicht jeder den gleichen Weg geht... Und dann wird mit dem Finger gezeigt... Und dann... Äh... Wird da... Ne... Das ist dann Vorzugsbehandlung... Und und und... Und wenn Club damit anfängt... Es ist immer schon... Das ist dann immer schon Untergang... Von dem Chapter und so... Ne... Also das ist nicht cool... Und... Ähm... Ja... Das bringt mehr Probleme mit sich... Als man in dem Moment Vorteile... Äh... Hat... Durch Person XY... Die man sich... Äh... So in den Club... Äh... Ja... Reingeschmeichelt bekommt... Ja... Äh... Die Probleme die dadurch entstehen können... Die liegen glaube ich auf der Hand... Ne... Das... Braucht man jetzt nicht hier im Einzelnen auszuführen... Äh... Äh... Außerdem... Gibt es dann auch immer Probleme... Ich meine bei den... Äh... Wenn du... Wenn du auf großen Partys bist, ne... Du bist irgendwie... Keine Ahnung... Beim... Beim... Äh... Beim 10. Äh... Geburtstag... Äh... Oder... Oder... Keine Ahnung... Auf was von einer... Auf irgendeiner großen Jahresparty, ja... Sei es... Äh... Deutschlandweit... Oder du bist auf dem Euro Run... Oder du bist auf dem National Run oder so... Wo dann viele Chapter zusammenkommen... Und... Da ist dann am Ende jeder Prospekt gleich, ne... Weil... Äh... Es halt genug Chapter gibt, die so eine Vorzugsbehandlung nicht machen... Und auch wenn das Ganze international ist... Wo dann Prospekts wirklich eingeteilt werden... Zu gewissen Sachen... Äh... Da kannst du dann nicht mehr sagen... Ne, ich mach das nicht... So und... Äh... Also wird dann irgendwie versucht... Und hinterher... Und... Dann... Das kann halt da auch wieder zu Problemen führen, ne... Also ist immer schwierig, sowas... Ähm... Also er ist... Dem sehr skeptisch gegenüber... Ich war dann auch unterwegs... Hatte mir mittlerweile dann... Ähm... Recht zügig diese Harley Davidson... Äh... Fettbob gekauft... Ich hab auf Rate... Ähm... Die Trude weiterverkauft... An dem Christian, den Tituierer... Da brauchte ich mir nie Sorgen machen... Der hat die auch sehr schnell umgebaut... Hat die schwarz gemacht... Mit Balkenkreuzen drauf... Schon ein recht cooles Motorrad draus gemacht... Ich selber hatte an meine Harley Davidson... Fettbob nur einen neuen Auspuff reingemacht... Damit man auch hört, dass sie an ist... Der war aber... Zu laut nach meiner Meinung nach... Ich weiß... Kann was zu laut sein... Aber der hat... Der hat wirklich durchgeknallt... Und... Äh... Wie das so ist... Äh... Aus dem alten Leben, aus dem wir kommen... Natürlich mit Stahlhelm gefahren... Original Stahlhelm besorgt... Äh... Mit dem gefahren... Und so martialisch wie möglich... Natürlich aufzutreten... Zu dem Zeitpunkt hatten wir die Kutten ja aber noch nicht... Denn... Eine Sache sollte... Sollte noch erst noch stattfinden... Wir sollten uns natürlich... Ähm... Sollte es ein Gespräch... Wie das zu laufen hat... Mit den Berlinern geben... Und... Äh... Dann gab es irgendwann... Äh... 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 Ein Anruf bei mir... Ja, Philipp... Komm mal... Komm mal zur... Zur Autobahn... Und das... Da war das noch... Äh... Okay, ich komme zur Autobahn... Ja, klar... Uns getroffen... Und Gespräch... Und dann... Ja, pass auf... Ähm... Mit denen trefft ihr euch da... Dann werdet ihr erfahren... Wie das alles läuft... Mit den Patches... Und wie ihr gepatcht werdet... Und was ihr tun... Und leisten müsst... Um dann da aufgenommen zu werden... Und dann kein Prospekt mehr zu sein... Und so weiter... Okay, alles klar... Ja, da sollen aber nicht alle mit... Wir wollen einen guten Eindruck machen... Nimm du mal aus... Äh... Nimm du mal aus Wismar... Noch den Christian Tiduwira mit... Und äh... Aus Rostock kommt der Daniel mit... Und noch zwei, drei von den anderen... Die anderen erst mal nicht... Da habe ich schon gedacht... Ja, okay... Warum nicht? Und dann... Äh... Gab es einen Treffpunkt... Außerhalb von Rostock... Hotel... Bisschen ab... Ja, nicht außerhalb von Rostock... Aber ein bisschen abseits... Das ist jetzt ein bisschen komisch... Die Nummer... Mit... Es sollen nicht alle mit... Also ich verstehe die Intention... Von dem Typen... Der die Ansage gemacht hat... Aber normalerweise... Normalerweise... Würde ich erwarten... Dass die Berliner... Dieser Sache nicht zustimmen... Ne? Ich würde erwarten... Dass die Berliner sagen... Jeder... Wir wollen alle sehen... Jeder... Der da... Äh... Der da eine Kutte kriegen soll... Jeder... Kommt vorbei... Und wir wollen alle kennenlernen... Normalerweise funktioniert das so... Also dass... Gewisse Leute ausgelassen werden... Oder... Dass die Berliner dann sagen... Dass die sich da nicht interessieren... Oder so... Das finde ich schon komisch... Ähm... Ich... Hätte da erwartet... Äh... Nicht vergessen... Und das ist... Das ist wirklich so passiert... Und dann sind die angekommen aus Berlin... Und dann... Ähm... Der Wortführer... Der da zuständig für war... Überhaupt für... Für die Red Devils in Ostdeutschland... Und von den 81... Der hatte... Der hatte seinen... Der hatte einen Aktenkoffer mit... Was schon mal merkwürdig aussieht... Wenn du irgendwie so in einer Rockerkutte kommst... Und in Rockerklamotten und so weiter... Du hast einen Aktenkoffer dabei... Und um den... Und um den Aktenkoffer hatte er... Eine Handschelle... Und eine Handschelle um sein Handgelenk... Wo wir dann gedacht haben... Okay... Ja... Und dann wusste ich so... Und dann standen wir mit den Rostockern mit dabei... Mit denen, die uns auch sympathisch waren... Und wir aus Wismar... Wir beide standen da... Und dann haben wir sofort angefangen zu lästern... Ich kann es jetzt schon mal spoilern... Wir haben nachher... Wir haben nachher den Ruf wegbekommen... Dass wir die Läster-Crew sind... Also wir haben uns über alles und jeden lustig gemacht... Wir haben es oft versucht zu verbergen... Und uns auch zurückzuhalten... Aber es ging bei einigen Dingen nicht... Auch wir haben viel Blödsinn und dummes Zeug gemacht... Und sahen wahrscheinlich auch oft blöd aus... Und wir hätten es auch verdient... Mit Lästerei bedacht zu werden... Aber den Ruf hatten wir uns eingehandelt... Es war auch so... Man gibt sich ja als... Als Rockerclub hat man auf der Seite auch einen Aufnäher... Das ist bei den meisten Clubs so... Und da steht dann noch ein Beiname... Was weiß ich... Da steht dann noch... Crazy Crew oder... Lake... Lake Big City und... Also ein Beiname für die Stadt... Und da hatten wir ernsthaft mal gesagt... Da wollten wir Läster-Crew drauf machen... Hätten wir das hier auf Englisch machen... Gossip Crew... Hatten wir aus Spaß mal angedacht... Dass wir die Gossip Crew sind... Kam nicht so gut an... Als wir das vorgeschlagen haben... Uff... Alter... Ey... Das ist ja als... Peinlichkeit auch nicht zu überbieten... Das ist ja an Peinlichkeit auch nicht zu überbieten... Stell dir mal vor... Du kommst zu so einem internationalen Treffen... Da sind dann so... Hells Angels aus Amerika dabei... Und dann kommen da irgendwelche Supporter mit Gossip Crew... Digga... Da denkst du dir auch... Was ist denn jetzt los hier? Tragen jetzt Klatschweiber unsere Farben oder was? Alter... Also das ist ja peinlich... Auch gerade dass man das für sich selber vorschlägt... Ist ja schon peinlich... Eieiei... Äh... Ja... Kam auf jeden Fall nicht gut an... Und wirklich... Tja, warum bloß, Alter? Warum bloß? Wir kamen dann rein mit dem Koffer und Handschellen... Und dann groß aufgeschlossen... Es war dann so, als wenn da... Dann haben wir uns natürlich gefragt... Was sind da drin? Ja... Ähm... Stulle und... Äh... Und eine Capri-Sonne oder so, ja? Also da wurden da so Unterlagen rausgeholt... Ich weiß gar nicht... Und ich weiß gar nicht, was da mitgemacht worden ist... Da waren da ein paar Patches drin... Die sollten auch nicht uns jetzt da gegeben werden... Die wurden uns dann gezeigt... Und dann gab es dieses Gespräch... Dann gab es dieses Gespräch, wie was zu laufen hätte... Dass wir uns vorstellen mussten... Ähm... Und wir saßen da und wir haben alles abgenickt... Ja, ja... Aber müssen wir überall hinfahren? Nein... Aber wenn Rostock war ein paar... Die wichtigsten müssten die schon abfahren... Sowas wie Hannover müsstet ihr besuchen... Oder mal nach Leipzig runter... Aber die ganzen Kleinen, die jetzt überall aus dem Boden... Das müsstet ihr nicht machen... Wir müsstet schon teilnehmen... Und euch da ein bisschen vernetzen... Und das haben wir uns zugehört... Und sagt... Ja, okay... Alles klar... Ähm... Das können wir schon leisten... Ein sehr surreales Treffen... Ähm... Wo man... Wo wir wirklich danach noch monatelang drüber gelästert haben... Und... Ähm... Man muss ja dann versuchen, eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei zu behalten... Ähm... Könnte vielleicht so, wenn man es filmisch oder serienmäßig aufziehen würde... Könnte das sogar noch vielleicht seriös wirken... Aber es wirkte einfach nicht so... Und es ist... Okay, wir haben aber gedacht... Okay, ist egal... Da müssen wir jetzt ruhig... Das geht uns nichts an... Und das haben wir auch nicht ins Gesicht gesagt... Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben... Hey, wie lächerlich ist das denn jetzt hier... Das haben wir auch nicht gemacht... Ähm... Das ist aber eine ganz normale Sache... So... Das ist... Das gehört sich ja auch so... Und das ist ja... Äh... Das soll ja auch so sein... Und wenn es nicht so wäre... Frage ich mich, warum man dann in den großen Motorradclub geht... Also dann kannst du wirklich in irgendeinem kleinen Motorradclub gehen... Oder einen kleinen Motorradclub gründen... Wenn du nicht bereit bist, dich zu bewegen in einem Motorradclub, ja... Und andere Chapter und Charter anzufahren... Dann hast du sowieso den Sinn... Äh... Nicht gepeilt... So vom Motorradclub, ne... So... Weil das ist ja eigentlich das, was Spaß macht... Und das, was geil ist, ne... So... Aber die haben ja sowieso alle... Ne... Ne... Falsche... Mentale Einstellung da gehabt... Also bei denen ging es ja nur darum... Äh... Kohle zu machen... Und sich die Namen zu machen... Und, und, und... Ne... Aber die Sache ist... Also auch das mit dem Namen machen... Wenn du dich nicht bewegst, Alter... Ist das doch auch... Weiß ich nicht... So... Keine Ahnung... Also... Für mich ist das geilste an einem Motorradclub... Dass ich wirklich... Äh... International überall hin kann... Meine Ausfahrten machen kann... Und immer auf gleichgesinnte Treffe... So vom Kopf her, ne... Sondern wir waren auch hintenrum eine gute Leicester-Crew... Und, ähm... Wir sind davon weg... Und dann war es auch klar... Okay... Jetzt müssen wir das organisieren, dass es losgeht... In Wismar war es dann schon sehr bekannt... Dass ich dann bei den Red Devils war... Und da sollte ich mir sehr schnell den ersten Ärger einhandeln... Und, äh... Und zwar sollte... Fast umgehen... Nachdem ich mich... Den Red Devils oder das Gründung... Die Gründung mit beschlossen hatte... Sollte schon das erste Mal das LKA zuschlagen... Und warum und wieso das LKA zugeschlagen hat... Das erzähle ich euch im nächsten Teil, Leute... Checkt das mal aus... Das Buch ist draußen... Hass macht Gewalt... Geiles Weihnachtsgeschenk... Mit einer Signatur... King unter den Kongs hier... Die Marke könnt ihr auch mal auschecken... Extremistlos... Freuen wir uns, wenn da jemand Mitglied werden will... Für den privaten Stream... Unsere Arbeit im Internet zu unterstützen... Äh... Deradikalisierung im Internet... Antigewaltarbeit... Könnt ihr es bei Konzo heute machen... Daumen hoch... Daumen runter... Kommentiert gerne... Ich verbleibe auf jeden Fall... Wie immer... Erstmal mit einem... Ahoi von der Küste... Okay... Ja... Joa... Alles in allem eigentlich ein ganz stabiles Video... Ähm... Wenig bis gar kein Bullshit... Viele Sachen kann man... Kann man so unterschreiben... Von denen er da erzählt... Jetzt seht ihr etwas... Was ich selten mache... Und ich mache es hier vor laufener Kamera... Ich gebe dem Video ein Like... Warum? Weil es kein Bullshit ist... Und doch unterhaltend ist... Ne... Soll ja niemand sagen... Ich gönne Leuten ihr Hack nicht, ne... Du bist... zu... Solange... Bis zum nächsten Mal.